Es ist schon scheiße, wie Jerry die Mädels behandelt. Das würde ich sagen, Anna. Die ganze Scheiße. Das bringt doch keinen Spaß, ne? Die Chatter hat er doch auch reingelegt. Lass ihn doch. Er ist ein Wichser, wenn er echt. Genau, so ein kleines Special. Und deshalb würde ich sagen, Anski, lass lieber die Pfoten von dem schönsten Kieler. Hast du schon recht, ne? Natürlich, Anski. Da habe ich auch keinen Bock drauf, der kleine Sticker. Ich gehe jetzt lieber in die City und suche mir einen anderen Typen. Nicht so einen Jersen. Alles alle Mengen.